Voll cool Leute So, ich schlender sie am Strand entlang und da habe ich diese Kokosnuss gefunden, also die ist da wirklich groß und grün, trotzdem jung, also es ist sicher schön viel Wasser drin. So Leute, schon wieder eine Kokosnuss beinahe geöffnet. Die ist schön voll, aber ich werde mir einen Strohhalm holen und dann wird diese Kokosnuss genossen. Ja, so ein Victorinox ist schon praktisch. So, da wir einen Becher haben, schenke ich mir das Wasser hier ein. So, mal schauen. Herrlich frisches Kokoswasser, frisch von einer Kokospalme. So, dass da nicht zu viel daneben geht. Also, Prost Leute. Ja Leute, diese Wassermelone haben wir heute gekauft. Und zum Öffnen ist diese Sukkari auch sehr geeignet. Und das ist ein bisschen. Wunderschön. Einfach herrlich. Sagt euch Leute, kocht es nur das Wasser, Wassermelone, Klasse. Sagt euch das Wasser, Wassermelone, Klasse. Wasser, Wassermelone, Klasse. So Leute, so sieht ungefähr der Alltag hier auf Copangana aus. So ein bisschen Sport muss sein für mich. Ja, ich dachte mir, ich mache auch vom normalen Urlaubsalltag leben etwas Videos. Ja, das soll es für dieses Video gewesen sein. Danke für das Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.